Von meiner Erfahrung, das ist immer interessant, aber du brauchst einen Trainer, und wir verstehen, ein Spiel wie genau das ist, 38 Jahre alt, aber mit meiner Erfahrung. Und danach musst du analysieren, der Trainer muss analysieren, ich brauche ein Spiel wie genau das ist, eine halbe Stunde oder 35 Minuten mit dieser Explosion. Und danach geht es noch, das ist nicht meine Form von 19 Minuten, aber wenn es 45 Minuten oder eine halbe Stunde geht, und ich denke, wenn es in gut Form von meiner Erfahrung geht es noch ein paar Torschießen. Ich weiß nicht, für HSV oder für Bremen ist das ideal, aber ich sage mal, wenn es in gut Form von 35 Minuten oder eine halbe Stunde, und wenn sie spielt, 100% kein Tor.